Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist mit diesem Gnasty Gnork-Typen? Also, ich hab gehört, dass er mit einem Zauber Edelsteine in Krieger verwandelt. Da kann ich antworten. Nasty Gnork ist einfach gestrickt. Einfach? Er ist gefangen in einer fernen Welt und keine Gefahr für das Drachenreich. Keine Gefahr? Zudem ist er hässlich. Hässlich? Jetzt reicht es. Da hab ich wohl einiges zu tun. Da hab ich wohl einiges zu tun. Vielen Dank.